Wir sind wieder mal spazieren. So schön, die Sonne scheint und es ist Schnee. Heute am See sieht man voll gut da hinten. Heute am See, genau. Da ist der See, ganz da hinten, bedeckt. Das Weiße. Das Weiße. Ist ja nicht alles weiß hier, ne? Ist ja alles furzgrün. So, genau. Spazieren ein bisschen, genießen das schöne Wetter und es ist so warm und so toll. Und die Hunde, die haben Spaß und freuen sich. Und es ist so voll hier. Die ganze Menschheit ist hier. Voll krass. Ja, wir gehen jetzt mal weiter laufen. Vielleicht entdecken wir ja noch was Spannendes. Das ist wirklich lustig. Das ist wirklich lustig. Was ist lustig? Was ist lustig? Das ist lustig. Der Schnee? Nein, der Weg ist lustig. Denn da steht Durchgang verboten. Privatgrund. Aber irgendwie interessiert das keine Sau. Das ist ja krass. Alle laufen wieder lang. Und das Schlimme ist, man ist natürlich extrem neugierig. Was ist da hinten jetzt? Dass da so ein Schild stehen muss. Und dass da doch alle langlaufen. Wahrscheinlich denken sich alle, hm, was ist da? Dann gehen alle doch da lang. Na, dann auf geht's. So, gehen wir mal gucken. Let's go. La, 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 la. La, 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 la. Okay, wir drehen um, denn da ist wirklich nichts. Und wir gehen wieder zurück. So. So, zurück auf den Weg. Das war langweilig. Wahrscheinlich ist es einfach nur Taktik mit dem Schild. Da kann man eine schöne Runde gehen, sagt er. Ist immer noch so. Ja, ja. Aber zurückgehen lohnt sich nicht. Eine schöne große Runde. Mit Betonung auf groß. Gut. Weltreise. Weiter geht's. Ich wollte doch laufen. Ich gönne mir jetzt einen Burger. Jam, 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 jam. Alle lieben Schnee. Schnee ist lecker. Juuu. Burger war lecker. Jetzt sind wir hier noch an einem See. Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Und hier sind Enten. Wahnsinn, oder? Aber einfach unglaublich. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Aber die sind hübsch. Echt hübsch. So. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich hab keinen Hunger, aber ich bin nach Hause. So. Ich bin nach Hause. So. Vielen Dank.